11. September 2020 Dean macht sich Vorwürfe, ob er Olivia gestern zu viel zugemutet hat. Schließlich war er es, der unterstützt hat, dass sie seine Familie kennenlernt. Olivia gibt sich jedoch alle Mühe, den Tag zu vergessen und Dean zu versichern, dass alles gut zwischen ihnen ist. Durch Dara's loses Mundwerk kommt er allerdings später dahinter. Wie furchtbar Olivia seine Familie in Wirklichkeit fand und dass sie sich offensichtlich etwas anderes vorgestellt hatte. Noch, dass sich alles als großes Missverständnis herausstellt. Muss aber schnell kapieren, dass Olivia nicht nur aus Selbstschutz vorgeschoben hat, dass der richtige Mann für sie Geld und Ansehen haben muss. Schweren Herzens zieht er daraufhin einen Schlussstrich unter die Beziehung.